Im heutigen Vortrag möchte ich ein aktuelles Reiserlebnis teilen. Letztes Jahr war mein denkwürdigstes Reiserlebnis mein Besuch im Keukenhof-Tulpenpark in der Nähe von Amsterdam. Der Moment, als ich diesen bezaubernden Farbenrausch betrat, wurde ich in eine Welt lebendiger Tulpen transportiert. Die Gärten präsentierten eine faszinierende Vielfalt an Farben, von makellosem Weiß bis zu feurigem Rot, von zartem Rosa bis zu kräftigem Lila. Als ich durch die Felder schlenderte, schien sich die Stadt selbst in ein Kaleidoskop aus Farben zu verwandeln, mit Tulpen, die die Landschaft in alle Richtungen malten. Als ich zwischen den Feldern wanderte, fand ich mich von tausenden von Tulpen umgeben, von denen jede faszinierender war als die letzte. Es fühlte sich wirklich wie ein Fest für Naturliebhaber an, und ich konnte nicht anders, als die reine Schönheit von allem zu bewundern. Das Erlebnis war besonders speziell für mich, da ich seit meiner 10. Klasse von einem Lied verzaubert war, das in Tulpenparks gedreht wurde, und meine Sehnsucht geweckt hatte, sie eines Tages zu besuchen. Endlich dort zu sein, fühlte sich an, als würde ich in einen Traum treten, als wäre ich im Himmel auf Erden. Einer der atemberaubendsten Momente des Besuchs war der Tulpenfeldhelikopterflug. Obwohl etwas teuer, war es ein Adrenalinschub wie kein anderer, und die Schönheit der Aussichten von oben wird für immer in meiner Erinnerung bleiben. Meine Kinder haben besonders dieses einzigartige Erlebnis genossen und die Freude der Reise noch verstärkt. Insgesamt empfehle ich einen Besuch der Tulpenfelder jedem, der die Wunder der Natur schätzt. Es ist ein Erlebnis, das die Essenz des Frühlings in Holland wirklich einfängt und unvergessliche Erinnerungen schafft, die ein Leben lang halten. Damit komme ich zum Ende meiner Präsentation und bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass ich Ihnen ein paar spannende Einblicke geben konnte.